Ich hab' ich's zuerst faken, Robin. Als ob ich fahren muss, Alter. Ja... Habt ihr wenigstens ne ernsthafte Chance, vielleicht nen CW zu... Man kann ja auch mal so drüber nachdenken auf dem Raum. Boah... Noch nicht. Ich hab' eigentlich so wenig Bock, aber ich hab' ja von mir aus den Fäuschen. Ist offen. Nichts. Das ist die Einstellung. Ja, ich bin halt so müde. Für WC musst du dich aufhoffen. Joto, eine Frage. Wie kannst du müde sein, wenn neben dir eine Kaffeemaschine steht? Ja, ich hab' ja nicht mal Kaffee-Ready. Mach' dir doch mal ein. Ja, es ist ja nicht so, dass die bisschen laut ist. Ja, wen juckt's? Ja, meine Eltern, die werden mit. Ja, kommen die dann rein und... Wie ein paar Trikots. Joto, mach' das scheiß Ding an. Das ist nicht so laut. Nein, mach' ich nicht. Doch, das ist doch... Ja, keine Ahnung, immer wenn ich... Also dieser Mann beschreibt die schon, da vibriert die richtig laut. Stell' dir mal von der... Ja, das... Das ist scheißegal. Kann ich dir auf irgendwas draufstellen? Vielleicht? Stell' die auf ein Handtuch. Als Wiener hat man das Recht, sich immer und überall einen Kaffee zu... Eieieiei, steh' ich das mit... Glücklicherweise hab' ich hier eine Kapsel-Kaffee-Maschine. Gefickt. In der Sniper-Bäcke! Gibt's manche Sniper-Rein. Wisst' du, ich hab' vor zwei Stunden Kaffee getrunken und find's richtig müde. Gefickt. Eieiei-Robin. Da wird gestreamt. Eieiei-Fack, das ist ein Zeichen, du brauchst noch einen. Ich hab' jetzt ein genaues Auge auf dich. Alex... Wehe, du fährst Kacke. Ja, mein, der Fress, ich muss... Nischesse hier hinstellen. Wer ist Miku-MK? Das ist... Das ist... Irgendwelche... ... ... ... Es steht übrigens gerade... ... ... ... ... ... ... ... ... ... weil sie ... Fehlt nur noch Trance-Custom-Tracks. Ja, in der MKF-Community fanden die es nicht so lustig, dass du da die X drauf gehauen hast auf dem Game. Weil die Custom-Texturen, die haben einen Krippe-Einfluss. Und dann sind irgendwelche Wüste dann gefahren mit einer normalen Straße. Musst du wieder 2x6 rein? Ja, das habe ich auch mal gemacht. Also bei uns hat das ja mal niemanden gejuckt. Ich habe nie gehört, dass sich da jemand drüber beschwert hat. Ich habe nie gehört, dass sich da jemand gefängt hat. Die MK-Achter hat immer das hier verkrönt und du bekommst hier die Kamera. Die sollen einfach alle joinen, Junge. Ja, du musst das mal joinen. Ja, Junge, bewegt dann. Die hat ja gefühlt jeder zweite so customisiert worden. Alter. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir das verlieren, weil Leute, die können, werden im Spiel belohnt. Und ARC kann nicht fahren, also. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war vorher letzter, obwohl ich so schlecht bin. Vielleicht fahren halt immer noch schlechter als du mit einer, zwei Tagen dieses Spiel jetzt hast. Ja. Und deswegen haben die das Glück. Ja. Das kann auch sein. Die werden gefickt. Ich fahre jetzt gleich mit Beeskaliere, wenn das so weiter geht. Ich weiß nur, wenn ich Müll fahre, score ich gut. Wenn ich gut fahre, dann score ich nicht. Und das ist halt fast immer bei mir so. Das ist echt so. Ich sollte jetzt eigentlich gut fahren. Wahrscheinlich werde ich jetzt auseinandergenommen. Aber ich bin auch müde. Vielleicht fahre ich jetzt schlecht und werde dafür belohnt. Wir werden sehen. Nach der Werbung. Nach der Werbung. Ich könnte mir jetzt eigentlich einen Kaffee machen, solche 9. 3. 2. 1. 1. Gönn. Du kannst doch einfach die Kaffees ein Ding rausnehmen und so trinken. Was denn hier kannst du die Kaffee Maschine machen? Pfff. Du bist eine Forze. Hypex, du bist eine Forze. So, jetzt kannst du anfangen. Bis dann mal. Bis dann, ciao. Euer Markus. Euer Latte, der Markus. Pff. Good Job. Fang an. Ach so, der Deuce spielt mit. Da habe ich gar nicht das Anlock. Hat er das Anlock? Guck mal. Oder Deuce, da habe ich das Anlock. Hi. Ich glaube, der Raum brägt wieder. Wahrscheinlich. Ach du das Anlock, das. Die FC. Ich weiß nicht. Also. Ich glaube, das Anlock bleibt bei mir. Oh. Faken. Nein. Was kommt dran? Haben Sie? Ja. Die Faken. Ja, ich habe mich vertriebt. Ich wollte noch einmal Steuerkreuz drücken und dann... Egal, Scheiß drauf. Die Patch? Ich... Ich bin der Einzige Morten. Ich bin Knochenbowser entfichten. Ich bin Mario. Da fährt er Split Bucky mit Morten. Ah, muss jetzt mal was geändert werden. So viel Anlag wie eben war schon echt nicht mehr normal. Wir haben Papier oder sowas. Mir bringt der Knochenbowser Glück, habe ich immer das richtig zu. Ist ein... Ich werde geohnt. Wo ist... Hä? Robin, wie du mich fixt. Snipe. Das tut sie vorhin. Alter, die Robin nicht auseinander nimmt. 1. Bombet, ja. Bombet. Ja. Geil. Ich bin hinter dir. Außen. Außen. Hallo. Ich habe die nach vorne. Nee, nee, Mann. Ja, Bobby. Nice. Meister life bekommen. Die sind zwei, ne? Ja, die sind zwei. Och, Leute. Ich habe Tickro Shrooms auf 5. Nee, die hinten. Bombet zurück. Ja, was denn? Die haben immer noch einen Ratchet auf 3. Und ich hätte richtig slow der Typ nicht mehr. Ja, vielleicht ein Hupen machen. Da hat der Shroom auf 2. Der ist jetzt 1 mit Hupen. Okay, gehst mal allein. Ich glaube, einer von denen hat DC. Robin! Ich bin eben hier oben. Ich bin 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 hier oben. Ja, der fliegt aber zu weit. Der erste ist super langsam. Nee, ich krieg' keine Box. Ich bin hier oben. Du hast das. Du hast mich gerade eine 1. Ich habe einen 1. Ne, ich werde noch geradelt. Ich werde wieder der letzte. Wir gehen durch die Reifen durch. Hypix. jedes spiel ist das spiel ist so geil mann mann bist du vor orange noch der hatte dies sieg hab ich ja danke hypex ist mein erster ist mein erst mal erster sieg also jetzt kommen wir endlich noch mal lackstrecke die usa daumen der funktionieren ist der wahnsinn ich habe sogar pilz gelackt im letzten item also wenn der gegner lag muss doch einfach so einfach ist es so gewinnt du bist du fragst welche strecke ach du scheiße könnten öfters mit gb amarius piste stand na ja genau die sind nicht so es traurig ist halt euch mit null coins glaube ich drei von den kleinen und habe und was kriegt ja dann krieg sie räum mit turbo bike und blatt reifen und was hast du besoffen ja ich weiß aber das ist es will ich hoffen ich habe eben gelangt ich hab du ja mit seinen scheiß typisch ich bin zwei kürze praktisch nicht er hat das ganze feld wurde der gefickt von dem mann banane habe ich jetzt auf 2 ich bin 8 ich habe 12 banane auf 2 die halte ich mich jetzt in deutschland kommt ich habe eine pflanze Ich hab ne Red Shell, ich werd die... Pass auf! Ja, ich... Lass mich kurz vor, bitte! Ganz kurz, ganz kurz! Krabbe ihn! Ich bin jetzt 5 mit ne Green Shell Da liegt ne Bombe! Ich hab vorbeigekommen Ah, Alter! Vor allem bei dir bist du vorbeigekommen, bei mir ist sie ausgelöst! So weird! Wir sind gut getroffen! Nice! Sind wir eins? Ja, ja, ich bin eins! Blue Shell kommt! Vielleicht vor dem Boost Pit Wir klopfen zwei, mit dem Baby Bauma fahren sie weg! Oh Gott! Wow, und er trifft mich wieder mit Reds, obwohl ich 3 green... Fahre links! Fahre links! Fahre links! Lass ziehen, lass mir helfen! Fahre außen, fahre ganz außen! Fahre links! Fahre links! Fahre links! Das ist alles slow, Mann! Du bist in meinem Ahne, oder? Ja, ich werd gefickt! Fahre links! Woh! Ich bring mich selbst, weil die weg müssen, diese Scheiße! Ja, von 1 auf 4! Scheiße! haben wir den ersten das ist so lächerlich weißt du die ganzen blut c fox 04 k wahrscheinlich seine mutter erinnert mich irgendwie denn erstes ein lief zu gut ist wo ich gleich wie auch wir können ja kurz weil ich hier in oder streckenpool schauen eigentlich hier wählen wir was sagt der strecken soll baby park nein um gottes will ich will mal sagen ohne sunshine airport ist schon schon korrekt ein welcher spielt scott mario ja da musst du keine hilfe dafür sein baby mach doch ich mal auch mal auf just ist nicht alle strecken im diagramm doch dann ist dein monitor zu klein auch mein gott gold mario rega spiel ich jetzt das geht dann weg das ist dreckig ah jetzt hier oben jungen bitte verpiss dich ich wollte mal so ein coach der einfach immer so ab am call ist und sich dreckig und sagt voll wasted bei vorne ich frage ich mal ab dass sie ganz diese richtigste Leute sind immer ganz vorn dass man es ist echt wahnsinn es ist auch der holst du siehst du siehst du ja ich wollte die tübe es aber färten abbausei junior 12 ich habe schon auf drei was oft der banan die die heute hier zu schweig es ist so jetzt Oh, er haut sie hier hin, ey. Ich will ihn mal zu überholen, dass er mich nicht retten kann. Ich netz eins. Ist zu bad, Alter. Alter. Ach, die Feuerblume... Wer macht da jetzt so ne Feuerblume hier? Geh weg. Ich hab die gerettet. Ja, ich werde jetzt gerettet. Ich werde noch eins draus gehen. Ja. Robin gleich noch nen Bubba reinschießen, ey. Ja, ist immer besser. Ja, die haben einen Tumor. Ich muss das Gleichgewicht hier herstellen, weil jetzt hab ich Anlag. Weil jetzt würde ich... Rape, ich muss auch Team-Rapen. Auf jeden Fall. Ich guck, der dritte zieht, der lässt sich Triple Reds auf 10. Dann hab ich gestoppt worden, oder was? Robin, I pick. Hast du ihn? Bist du 2? Nee, nichts mehr, ich power ihn dafür weg. Pflanze 8. Oh, das Nerfende. Du hast die Bombe geschehen. Ja! Faye, Mann, Robin. Mann, die Green ist weg von 1. Aber vielleicht bin ich jetzt nicht. Ja, und ich bekomme auf 10. Alter, der Team-Rapen. Die Bombe ist der Ere, oder? Mann, ihr seid doch... Ja, das muss der sein, der mich pflanzt. Ja, weil du die Bombe ausgelöst hast und da standst. Ja. Die haben es nicht zu... Die haben Triples auf 2 gezogen. Nein. Ich werde den. Ich bin von 1 auf 3, wenn Triples auf 2 gezogen haben. Nice one. Ja, wow. Das ist ja richtig lame. Das sind so gut, Alter. Ich core mich drauf, klar. Ey, nee. Der Maus und Junior auf dem Mini-Bike. Ja, das ist es. Ja, das sagt alles aus. Du brauchst keine Kombos. Brauchst nicht mehr Skill. Ja, warum gewinnt der SVC und die ist mad? Ja, weil die... Keine Ahnung. Ja, erklär mir das. Die schlafen mit Miyamoto. Dann sag mir, was soll ich machen, wenn ich 1 bin in der Triples. Die haben Top 2. Ja, aber es... Ich weiß ja, bei mir läuft es ja genauso, aber warum gewinnen die an jedes Match? Das macht ja keinen Sinn. Leute, ich kann gute Strecken jetzt callen, denn der Liste. Ja. Ähm, wir nehmen... Wir brauchen was zu Luck, oder wovast bist du halbwegs? Was macht denn dem Charakter-Lux? Wir haben 3, 4, 5, 6. Nimm sie einfach hin. Nimm sie einfach hin. Nimm sie einfach hin. Ich halte es keinen Bock mehr, man. Ich will es das mal richtig zu uns schweigen. Ich wollte doch gar nicht fahren, aber aus England kommen musste ich dann doch. Ja, weil du einfach... CWs ausmachen, keine Leute. Ja. Die K-Channel. Wir hatten nur 6 Leute, aber... Ja, das ist auch kein Problem. Ich meine, ich dachte wir wollten jetzt richtig durchstarten hier am Wochenende. Gestern wurdest du gesagt, richtig aktiv. Ich dachte heute so 5 bis 10 CWs. Ja, richtig. Das gebe ich mir richtig in den Charakter-Lux. Kyoto, du hast es gesagt. Meine Kaffeemaschine ist endlich neben mir. Ich muss endlich die Nackt durchmachen. Ja, das habe ich auf jeden Fall gesagt. Alter, wie viele Buchrufs haben die denn hier? Und diese Schei... Warum... Hört auf Bike zu fahren. Wirklich, warum? Weil es ist mir halt jetzt schon eins, ne? Die sind einfach zu red, und dann sind es wieder die Items komplett. Ja, und tie-back seine red. Ja, ne, ich musste richtig bei los und bin runter. Die sind hier eigentlich alle runtergefallen, und ich gehe kann nicht. Oder steh? Ja, das stimmt. Ich habe mich da jetzt hier wieder... Aber hier, Items, Alter! Ich hab mich spült, meine Scheiß-Eins ums Haus kommen. Das ist wieder falsch, ja. Habt ihr alles vorne? Ja, Baby Bowser. Habt mir die alle lieb. Was habt ihr 8? Ich bin 8. Ich schießt eine Seite aus dem 9. Ich wurde ges... Was werde ich denn hier gesnipet, ey? Ja. Du hast den Pazicu gefickt. Ich hab den Pazicu gefickt, genau. Ich bin hinter dir halbgelegt. Ja, ich weiß. Genau. Ich bin 3. Ich bin jetzt 5. Ich hab einen von denen. Mal machen. Ich hab ihn nochmal... Boah, er hat keine Chance. Der Bomber habe mich ja so krass gelackt weil du den Typen getroffen hast. Ist er nicht rein sondern ich, ey. Ich bin nicht das selbe gekommen, dass ich hier auf meinem Weg bin. Geht auf den Boomerang, verreckt. Triple Red hat sich Backspan die Hände. Bitte. Bitte. Geh doch weg, Mann. Fahr doch mit deinem dummen Scheiß-Bike. Oh Gott. Der hat Backspan von der G-Shirt getroffen. Aufs Bike zu fahren, bitte. Fünf, der einen dahinter gebracht hat. Ich bin zwei. Ich hab'n Schock, aber ich muss erst den Goldi loswerden. Ich hab'n Schock. Ich hab'n Schock. Wer ist fünf, die? Ich bin fünf, ich bin fünf. Drei, zwei, eins, go. Geschiss, da kann man das nicht machen. RIP. Ach, halte. Was noch? Äh. Ich hab' noch fünf vorgekommen. Haha, er bringt nichts ins Treffen. Die Orange. Boah, wirklich. Das kann nicht wahr sein. Was machen wir denn falsch? Die Strecke, ey. Ja, wir hätten vielleicht versuchen müssen den ersten runterzuschocken, oder? Wenn der schon im Ziel ist. Du kannst nicht wirklich runter. Ach, war der schon im Ziel? Ja, sicher. War schon zu spät. Und auf der Strecke bringt's nicht zu viel runterzuschocken, weil du bist dann verlangsame im Wasser, aber du bist nicht unten wirklich. Ne, ich mein' ja in der letzten Kurve beim SC runter. Das ist aber Timing. Oh, bei dem Leck. Ja, aber wenn du es schaffst, ist es safe. Ist er erstmal weg. Ist Bad Bagi mit Wario gut? Ja. Was spielen wir? Ich kann auch nicht mehr zu. Käse, Käseland. Wenn's jetzt auch einfach selbst wenn wir den TS... Selbst wenn wir den TS täten, der wäre viel zu weit vorgewinnen. Wollen wir nicht. Alle Sorbitland wählen und To-Dead dann auswählen. Kamekna. Moment, Sorbitland hätte nicht gut abgefuhren. Oh, zugekamen Baby, Buck. Pfff, Junge. Na ja, wir sind alle besser als Orange, also. Ja. So scheiß wie der Pferd kostet... was soll jetzt wehregeln das ist der einzige der nicht blut die Flüssigkeit für komische Kombos da weiter wie sehen denn bitte die Blattreifen bei Roy auf dem Motorrad aus ja was macht Jacob da ich habe auch drift ich habe ja wie auch aller drift okay ich werde den jetzt den ein er trifft mich dreimal er trifft mich dreimal er trifft mich dreimal ich habe auch dreimal ich habe dreimal ich habe dreimal das ist so unverdient die die den die 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 der links blau schneller immer nur im teo ziehen das kann ich nicht schützen was hätte ich hier gewendet alter von diesen hurensohn echte meine fresse noch mal alter ich denke ich bin weiter links hypix wie gut sich noch erlackt hat in die westes wie dumm das wäre gar nicht passiert wenn die banane wurde mir von büro geklaut auf einmal kommen die banan raus das wäre gar nicht passiert das war unser comeback jetzt haben wir ein bisschen gespielt mein gut ssc ist erst mal noch mal plus 10 gestiegen und die frisse ist im top 4 ist alles sehr beliebt bei uns ich habe es wohl welches wäre auch noch ja du kannst nicht mehr als wir mal ich meine normalerweise echt zehnte aber drei von denen sind beim sc gehen die umrandung gefahren deswegen habe ich drei wo ich durfte ich habe aber ich habe aber kurz nach dem sc gehoopt vielleicht sind welche reingefahren ja vielleicht auch so ich bin doch wirklich so scheiße und ich würde mich gefickt ist vorne ich kann die stecke ich kann es überhaupt nicht einmal schlecht ist ein strecker bin du hast ja nicht die tue auch den schaden orange schlechter als markus du hast auch deine strecken wo du besser bist für sich oder so aber die kann man nicht wählen doch vier also nicht wegbomben ja 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 rainbow also bei n64 rainbow ist bei uns in der bewertung auch ziemlich weit oben können wir gleich mal picken ja mit ct vielleicht vielleicht muss man btbomben und da kann ich weg ja halbweg ich bin 1 ich bin 2 ich bin 2 ich habe wedgeshell auf 7 die sind 6 ja der b bowser union die waren nicht frei sind die 6 ich werde den runter gleich wenn die weg sind ich würde das doppel item red naja ich zieh 2 schrums ist das verdient die sind jetzt zweiter ja der wird jeden moment gewertet wenn er nicht ja der vorbei und dann lasst sie auf die die sind wahrscheinlich unsere ehre wenn wir zurückkommen das ist gar keiner nicht ich habe zwei Reds auf dem Zweifel nein ich wollte uns die auf dem Zweifel trauen sich nicht an dir vorbei ich bin jetzt dritter gut ich bin jetzt wenn ich weg muss nein ich bleib einfach dahinter alles liegt alles ja auch recht gehalten der Roy ist jetzt wieder bei dir fanken Min er hat er geht vorbei der rote 0 diesmal vorbeigegangen aber das gab das ist so lächerlich mann ich kann es so hart lang mann jetzt sind wir hier wieder ganz hinten obwohl wir nichts es falsch gemacht haben das müsste mich in deutschland ich fahr dauernd in booboo rein es gibt es nicht mann fach ins nirwana der triple red schießt er auf kyoto immer ein 3 der andere war vor mir ich hab immer durchgerapet und dann feld hat hypex durchgefickt ich schieße mit und was macht die geht am andern vorbei zieht ganz nach links mitten auf hypex mit dem arsch obwohl du nicht vorbeigegangen ich glaube wir haben dp1 noch gewonnen alles schon vorbei alles jetzt sechs rennen? ja ich denke was man sechs rennen jetzt kommt noch nochmal sechs rennen oder was? ja ne jetzt kommt sieben ran ja mein gott eure regel over time ja es ist halt ne es kommt mir schon so lange vor ich würd lieber mit zwölf schwimmen aber das ist nur meine meine das sollte sein ja wenn die meinen das sollte sein dann halten wir uns an ja die mit ihrem pussy regeln aber da muss auch immer jemand pipi und so ja können sich mal zwölf rennen durchführen kann man nicht davor gehen ich weiß ich mein so krassen leute wie wir haben alle ne pampers an was nehmen wir ich mein die flasche die royale ranfeste ich find's halt immer faszinierend wie ich es werden immer zwei und vorn rausgerapet naja und ich bin immer einer davon ich kann nie anfangen ausweist wie Metall wenn ich immer sofort rausgerapet werde von ehemlich leuten die eigentlich das raus holen ich meine haben die eigentlich den schock gemacht weil weil faken den redden wollte ich weiß es gar nicht ich weiß es auch nicht ich mein der hatte so extremes luck dadurch durch den schock hat er alles gedodged quasi ja die red ging irgendwie vorbei halt das war richtig viel glück der faken hatte ja sogar zwei reds ja ich hab dem einen das den trail weggeschossen und danach noch einer auf ihn und die zweite red hat ihn nicht getroffen sondern ihn gepasst ich hatte richtig luck weil der boohoo hatte drei bananen um mich rum bin immer in die Reihen gefahren und wurd nicht erwischt und mir ist ja dass keiner von denen wirklich gut ist und wir einfach nur irgendwelche IT-Zins gewinnen ja dann versteh ich nicht warum wir nicht mit 300 gewinnen wenn SVC gegen dich spielt gewinnen die wieder 600 zu 100 oder so alter wir sprechen ja auch mal wir sprechen ja gar nix ab ja kein wir sind ja aufschluss jetzt sagen wir sie vorbeiziehen wenn wir schneller gewinnen wer ist neun dann sagst du es dann nicht ich warte ihn das ist die orange die hab ich auf dem spiel genommen den besten mann ich geh für koin ich bin 2 den bowser junior hab ich auch nochmal gefickt der flop 2 den fick ich auch nochmal mit greens die kräftige Horn hab ihn auch gefickt die haben flop 3 ich warte den pflanzen müssen stehen hier ey boohoo der hat hier einen red hinten ran und der schießt ihn nicht weg auf 4 ich geh auf ja jetzt hat er ihn geschossen und ich werde gequeen für den 1 ist der block drin im sand block was wenn ich nicht das item nicht meine fresse hast du schwung oder so ne ich hab 4 greens das ist die kart auf 6 ich halte mir mal die 2 schwimmst ich hätte ihn gewertet auf 6 oh die kommen schon 0 ich hab den boomerang nach hinten gehauen trotzdem konnte ich mich dodgen weil boah weil ich hab ihn gewählt ja dann hab ich den spastig getroffen ich hab den einge-greent ich hab die pflanze draußen noch weise noch ein Stück weg der red shell auf 9 naja auf 8 draußen war das gar nicht auf 1 ab und zu auf den 12 Junge fahr dich selber unterbauen ja der ab und zu ja Backstar hab dich auch noch erwischt die gleiche wie sicherlich stop 3 ja stop 3 wow die wurden mal nicht weggefickt weißt du ich hab jetzt einfach den Plan gemacht alter mit dem booh mit dem booh durch seine green shells gefahren den schrum drei item boxen gehalten damit ich ein save hab ja es war so klar ich hab's ich hab's announced dass er die wet shells auf 7 hinter mir zieht es lohnt sich gar nicht hier zwei schwimmst für den katze halten dann habe ich trotzdem den boomerang nach vorne weil es mein second item war ok für den zweiten lohnt sich es echt nicht Raceway für den kandilischen kurve ja aber ich mein ich hab ja den boomerang noch safe den hau ich dann nach hinten und der wird nicht ab ich glaub wenn man zwei shrooms hat ist es in dem spiel echt besser die schnell in diesem einen cut zu verhauen wobei den zweiten item boxen ja ich wollte dich ja ja verhauen aber ich war ja noch sau weit weg ich hatte ja drei schwimmst für den einen cut hab einen eingesetzt dachte mir ich halt die zwei für den anderen cut noch aber tust du gut weil soviel wetscheln ist im spiel ach die wüste ist halt ne fünf sterne strecke naja deswegen hat sie von mir auch fünf punkte bekommen in der umfrage ja du bekommst von mir auch fünf punkte ja ich geh mal also ich fahr danach noch mindestens zehn ich will jetzt endlich mal hier durch starten ja ich bin danach auch dabei die auto fährt auch fünf noch ja sicher und so stelle ich schon meinen schlafrhythmus um ich bin froh dass ich gerade auf 1 fahren kann gerade nur so ohne ins offroad zu fahren also ich hab richtig bock ich kann wirklich noch lange ja ich hab 15 bis 20 uhr geschlafen ja das merkt man alter die g37 vorbereitung ja g37 smb den hab ich gefickt groß ist der knochenbauer so wirklich ich sehe gar nicht mehr meinen screen ich hab auch klein im modell draußen ja achtung ich hab draft jup fahr keine rampe dann kannst du hier vorbei der biker habe ich fort gerettet ja ich dachte ich dachte auch wir sind noch top 3 sind die der backman review ja das war eine red die im feste nein duhu die haben schon auf 12 ich mach rechts pflanze ich bleib rechts also fahrt nicht richtig triple reds hatte ich hab einen super musst du den buchu jetzt treffen ja ich loo ne loo ihr leckt der denn ich glaub ich hab keinen ich hab keinen Bock mehr auf das spiel das ist online das ist online ich muss den jetzt treffen zack die ist umgebogen im letzten moment ich bin ich bin bei dir mit dem ich hab auch flu oh ja halte ich scream mich selbst ich geh damit mit dem klein jetzt einmal durch ja ich werd gerettet warte wirf wirf ich hause gleich weg ich mach dann sterne wer hat diese scheiß reds denn wer hat diese scheiß reds denn oh Mist oh Mist oh Mist wow 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 ah bitte fickt euch gegenseitig komm hab ihn ge... nein die Bombe die Bombe Alter da liegen da liegen 30 Münzen das ist ja wie bei Sonic ey habt ihr Items? ihr kommt doch direkt auf die Rampe ja ich hab ne Banane gezogen wer hat der den Schock? die haben die random wieder reingesetzt ja die haben Top 2 wenn ich jetzt nix zieh ja ich zieh aber wenn ich glaube macht er ja pein ich verdunke und alles nicht boah ja die haben Top 3 äh Top 2 hast den hast den wir haben nur einen noch warte man nein das Spiel das ist in meiner Typik ist den noch weggehauen das macht einfach nicht Spaß weil es einfach du brauchst einfach keinen Skill wir müssen uns vielleicht irgendwie in den kommenden Wochen irgendwie so auf die CWs vorbereiten wie Patrico immer vielleicht ne Runde Rocket League immer verlieren und da ja wir brauchen vielleicht echt noch bessere Absprachen halt so ja das heißt äh keine Ahnung zum Beispiel auch wenn weil die Items laggen ja so wenn dann wenn wir sehen dass ein Item vielleicht vorbeigehen könnte dann müssen wir schon warnen dass wir eins vorbeigehen könnte irgendwie so oder es gar nicht versuchen ja aber wenn man es nicht versucht dann wird man bestraft ist das Problem ja wenn du es versuchst wie der andere bestraft ist das auch scheißegal ja nicht wenn du ihn warnst dann kann man wenigstens Trail raushalten Achtung Hypexe schieß eine Wedge das kann sein anders die nicht trifft aber wenn man einen Trail hat kann man dann wenn du keinen hast ja dann das musst du jetzt sehen der die Wedge okay du hast bereit mit der Hand ja bitte glaube ich wir bereiten so eine Klausur vor die muss jeder abhalten und jeder muss irgendwie so 80% richtig beantworten sonst darf er nicht mehr zu weh mitfahren wie verhält man sich in dieser Situation A, B, 20% ja aber dann darf ich bin lieber im Führerschein dann darf ich darf das Recht Lale-Pod werden dann darf dann darf Dennis ja auch nie mehr mitfahren ich dachte das Recht Lale-Pod auswendig werden das gibt Bonuspunkte warum haben die eine Draft-Hurenstrecke genommen als Top 2 ja keine Ahnung der ist dir der wahrscheinlich nicht gewissig ist 100% Wende ich hab ne Wedge still auf 6 wann darf ich schießen ich bin's weg ich bin dabei dir ich wurde geraddelt vom 10 ey das ist so unverdient wenn man sieht dass da so ein Loop auf 10 fällt und der reddelt dich dann so was geht in ihm vor ey das bringt ihm nichts der ist 8 die OHHHHHHHHHHHHH ist der Slow dieser Jacob ist der ja ich werd nein nein die Redd ist bei mir an dir vorbeigegangen und ist jetzt zurückgefahren und hat dich wieder getroffen uuuuuh ich werd gewöhnt von Fatcues ich drum vor und mach hab nen Guru ja tschüss die explodiert doch eine doch bei Missy der Triple Redd ist auf 7 ja wir sind beide vor dir warte wir pissen die beide die sind alle weg die sind alle weg weil ich berupt wurde ok ok ich werd gefeuerbloom wieder vom 10 man orange ich mach gleich aus alter orange ey das geht gar nicht ey das ist das schlechteste Spiel das ich je gesehen habe ja aber der versaut mir jedes rennen ich find da hab ich schon schlechtere gesehen gehört mir das bill der hat die ganze Zeit auch nur diese Troll-Items ey der nervt so brutal komm oh ja ist es schön ja komm Hypix kann stext immer auf den ich hab gleich auch noch ein bill komm die mal an komm die mal an danke Achtung kugel mit die neuen fireflow oh blue shell komm ja nein ich hab bill an auch bill an auch bill an die blue shell der bill hört nicht auf der bill hört nicht auf jetzt da hat man da der noch auf nein ich muss der noch die scheiß pfanzig ist weil der die scheiß pfanzig ist wird gewertet orange ich hab ihn was nein feuer blume treff ihn treff den roi treff den roi ich hab den roi noch gekriegt ich hab den noch getroffen ok cool mir hat auch roi schon mein denn den schluss kaputt gemacht ich glaub das ist aber auch das Hauptziel ARC spricht sich so ab Orange du brauchst gar nicht versuchen zu fahren geh einfach noch auf die Gegner geh einfach noch auf die Gegner bleib mit Absicht hinten Orange du kannst eh nichts das Problem ist das ist so ein übelster troll der zieht so hinten nur bummerang feuer bummer pflanze der trifft dich die ganze zeit ich nehm mal sowas wie xypex vorziehen weil die einzige aufmunterung die ich hatte ist dass ich halb xyp kurz vom ziel überholt hab obwohl ich ihn das ganze nicht gesehen hab ja das kam am schluss 3 redshits auf tjus tjus ich hatte triple shrooms gezogen dann kommt der roi schon mit triple red und dann werden wir noch meine shrooms von gugu geklaut damit wir uns gar nicht ausgescheuert tjus ice ice out torft und den Gegner abgesprungen oh nein god nein gute Strecke man ich lach so wenn er fünf Leute im SC hin oh also Kyoto fliegt bald aus dem Team ne der wählt hier ne Strecke die hat ne 1er Bewertung glaub ich tja oder ne 2er die hat definitiv kein hoher ich hab da nicht mal reingeschaut da ist das der Zeit bei K2,0 ja das ist nicht das ist unterdurch tja alter wer ist jetzt komplett gold hier lol was kann man da der trennt zertal lol ist der goldig ich will vorangegeben dass er alles freigeschaltet hat ich will mit der 1e genutzen oh whip oh ich hab Falcon schon wieder in den lag reingeschossen die sind hinter der unter wow die Bananen Leute wow jungen warum breakdriftest du in der Kurve black shell trifft nicht nice wer jetzt 8er ach du die die vergehen die Röhre 5 6 hallo mit die hey nah weg miss auf 3 ja ich hab doch heute roi du behinderte ich hab die pflanze ich werde gewendet mann hast doch was alles aus dem hallo ich bin nach außen gefahren ich hab's gar noch so gesehen ich hab zu brett ich hab zu brett ich komm dann durchbluten ja ich muss sie halten der hier in green oder in red ich block mal verpflanze auf 8er rum ich bin zweiter ich zeig mich, ich bin zu unserem 1.000 du bist du ist durch du bist durch ich blocke was soll ich damit ey die haben keine Schocks der roi hat Pilze ich schieße dich schicken ab na er ist nicht er ist zwar rein aber die ist also die hat sie aufgelöst aber er ist durchgefahren das war gutes Rennen meine Güte fickt mich ins boah meine Fresse alter stecken auch noch jetzt wissen wir doch was wir jetzt picken oder? regenbogen oder was? jetzt kommen regenbogen n64 ich so warst du ihm geliebt ja meine kinder war nicht war nicht so gut deswegen muss ich das jetzt hier nachholen mit der gleichen grafik natürlich ich freu es nicht um n4 seitdem fand ich die auch voll cool big blue hat noch gute bewertungen die ja gut abc vielleicht nur oder was das ist nicht regenbogen koppel ich gefick euch jetzt über private morten er hat schon die regenbogen kombo gewählt extra er hat schon die tryhard kombo ey es aber es kommt dran nee RIP RIP let's da kannst du disconnect machen? ich found my net oh shit das ist egal du bist dann unter Orange die ganze wenigstens Orange die einzige konstante in dem CW ey da kommt man da vorne HIFEX im Silberfall mit die roten HIFEX da musst du ja auch mal was riskieren oder was probieren nur wenn Dennis dabei ist ja du hast ihn ja ich wurde gelönt ja ich wurde gelönt was ist das noch was ist das was ist das das ist wieder eine match ja ich zieh auf Last eine Pflanze für TF2 immer noch gut ist gut was ist das sag mir wenn du den Kott verlieren sollst ich fall den Mega SC hier den kennt keiner ich zieh den Horn auf 9 auf 9 Du bist so richtig horny, oh ich wurde schon wieder geredet, wieder von orange ey, so ein Troll Top 3, ich hab zwei Bananen hier noch draußen, leg die mal ein, in die Kurve Ohne Scheiß ne Da ist noch einer nicht mehr reingefahren, nicht eigentlich Ich zieh ne Red auf 9, warum Nicht nach vorne Nee Was Whip Was Just Junge Hä Egal, ich sag dir das nachher wohin Alf, ich hab alle Tuchelwets mit 3 grünen gedroht, die um mich rumgefahren Ich hoffe ich krieg noch orange, ey, hier hinten geht gar nichts Final liegt innen der lange Kurve Oh, fass das nicht Alter Bitte Goldschmuck Das ist dein Boomerang Boah Ich zieh schon im Schluss, Achtung Hallo Soll ich ein Item was halten? Hm, ich weiß es nicht Ja, dieser Roar wird auf jeden Fall 1 Ja, ich glaub gefällt, wo drauf Oder 2 Ich hab hier aber ein bisschen geboomer gemacht, halber gehoopt Ja, der wird 1 Ja, sag ich ja Wir haben 2 Wir haben aber 2-3-4 Du hast Ich bin siebter Ja Weißt, weißt du was bei mir war? Nee Du war, du hast doch, warst doch beim Gleiter, ne? Ja 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 Auf einmal Du hast, du warst bei mir weg Ich schieße sie weg, genau auf ihn, die ist auch auf ihn gegangen und auf einmal tauchst du auf und wirst getroffen Ja Ich hab da so ein mega Gleiter-Boost, glaub ich, bekommen bei dir Dachten die gleich ich wär erster Wir waren grad auf einer Höhe, ich dachte auch, ich hab ihn fast überholt Du hast ihn Du warst mit Ach, mein Geist 2-3-4 Ich glaub da ist Röhrenraserei ganz gut Nein Ich hab zuerst den Menschen mal genommen Ja Tick-Tock-Clock Ja, geht auch Äh, Todeshafenstadt No Die EZ hat 3,43 bewertet, Leute Was? Ja Das muss ich überprüfen Werd bei uns Wer hat sie? Werd der Strecke denn so ne gute Bewertung gegeben? Ich find die hat ne höchste Musik Ja, schön Was für treu's, Robin, 5, Falken gibt der Strecke 4, Le-Woy, 4, Marvin, 4 Ich mag die Strecke Ich glaub ich musste ne andere Gewichtung reintun in die Formel Oh, jetzt kommt das ist auch ein Prost Find ich auch Robin oder ich oder Felken haben auf jeden Fall die meisten Stimmrecht Dennis hat die meisten Ja, aber da fahren wir den ganzen Tag noch Dschungelpark 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 Draft 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 geprägt Draft 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 Dude, ich mach den SC Ich habe ihn geradet, der die Bombe geworfen hat. Echt? Pass auf! Ich will jetzt re-trappieren. Ich bin 4 bei dir. Das ist schrubi-schnell weg. Die sind 3. Das ist auch Banane in der Mitte. Ja, liegt da noch. Ja. Ich mach mal die Banane, ich mach mal das Doppel-Item. Vielleicht können wir jetzt irgendwie Winchats drauf. Ne, Doppel-Stuhl. Oh, mein Fernseher geht 60 Sekunden auf. Ja, dann fahr... Ja, das ist ein krasses Lesser, wo du es jetzt in das Ziel hast. Ja, dieser Bildschirm nervt mich halt, aber... Du musst jetzt richtig schnell fahren, damit ich das Ende fangen kann. Wer? 6? Ich bin 6. Ich bin 6. Ja, ich bin 6. Okay, dann halte ich die Krippe über 3. Ich bin auch auf 5. Soll drifsten. Jetzt bewegst du das Feld mal auseinander auf der Strecke. Ja, das ist gut. Ich bin 3. Ich bin 3. Ich bin 3. Ich bin 4. Die Orange hat Stern in den Stern gesehen. Ich bin 3. Ich bin 3. Ich bin 3. Ich bin 3. Das hat er gemacht. Er hat gefeiert. Und er dodged mit dem Stern die Blu. Der hat mehr als ich. Okay, ich geh mich hier hängen. Mein Fernseher ist jetzt ausgegangen. Gerade wenn das Rennen vorbei ist. Das müssen wir anmachen. Ja, wir sollten aber gewohnt haben. Denk jetzt mal. Ja, das ist vorbei. Ja, ich war hinten. Ja, ich war hinten. Hab dann jetzt tatsächlich ziemlich durchgemudelt. Ja, ich kann mir jetzt ein GP machen. Der Musik. Ja, ich drück auch die ganze Zeit den Screenshot-Knopf. Zum Beispiel Bilder. Ja, das war ein ziemlich guter GP. Boah, mein. Aber echt, der zieht 3 Sterne hintereinander. Und ich hab Triple Wets hinter dem. Was will der sonst noch ziehen? Hä? Und dodged dann auch noch eine Blue. Das ist wie ein Alltag. Ja, Orange. Best Player. Best Player in the World. Oh, Marvin ist global. Ich join ihn mal. Alter. Ich lösch erstmal die Quote aus meiner Freundesliste. Junge, ist die Switch jetzt kaputt gegangen? Oder warum geh ich sie nicht mehr an? Die ist mega heiß. Kein Bock auf Orange. Moin. Woher kann ich noch spielen? Woher kann ich noch spielen? Ja, ich könnte... Alle! Zumindest einen noch. Nein. Kann auch. So. Woher kann ich jetzt noch spielen? halb x willst du mal ein 1 gegen 1 okay wie macht man die offene raum auf ey ich glaube man geht und ich hab's noch nie gemacht freunde und mitspieler und dann ganz oben raum erstellen jetzt scheiß soll ich raum aufmachen oder du? ja mach du mal einfach bei freunde und mitspieler gehen und ganz oben über der freundesliste da ist er da ist er ich weiß gar nicht eigentlich war ich voll überzeugt vom morden mit splat scheiße und kleinen reifen aber irgendwie wie kannst du den wickler verraten? ja der wickler der bringt mir nur anlag irgendwie seitdem ich den wickler fahre bekomme ich nur glück mit der knochenpause willst du den reifers machen? ja ja mach mal klein mal rein hier die muss ja auch gucken ob das potenzial hat für seinen kampf um den kurs ich hab schlau steuerung an das wollen wir jetzt picken ja eine trollstrecke hier ich hab ja einen schlechten startplatz direkt mal hier das hatten wir noch nie wir haben mit 67 glaube ich gewonnen geht das überhaupt? oder hab ich irgendwo einen rechenfehler? ja es geht alles was gerade ist wer hat die DC? der orange im ersten renn? ich hab keinen plan wie man die strecke fährt ich auch nicht ich glaube orange hat er in DC im ersten renn was fahrt ihr? wir fahren große drachenbauer oh er fährt hier im fichtenbock der fichtenbock ich dachte er im Mercedes weiterhin der war glaube ich nicht ganz so schnell im Käse oh rip ciao ja race is over oder? coin lap coin er ist der bester am moi da fährst du mehr coins gab als ich egal ich hole mir jetzt die chipbreads auf 2 easy wenn wir alle coins nehmen ey was war das denn? ich bin schwerer ich bin schwerer so table wir haben gewonnen mit 66 kyoto 102 falcon 77 das gibt es nicht ey ich 69 hypex 68 juiced 65 ich glaube du lagst ein bisschen robin ein bisschen?